In Wien sind bei einem Überfall auf eine Klosterkirche fünf Ordensbrüder verletzt worden. Nach Angaben der Polizei überfielen am Nachmittag zwei unbekannte Täter, die Maria Immaculata im Stadtteil Strebersdorf. Die Polizei sperrte das Gelände weiträumig ab und konnte die Mönche nach mehreren Stunden befreien. Es wurden zumindest einige dieser fünf Personen in der Kirche gefesselt und zum Teil auch geknebelt. Oder jedenfalls ausschließen können, ist alles in Zusammenhang mit Terror. Alle anderen Motive sind zurzeit noch offen. Laut Aussage eines der Überfallenen forderten die Täter Geld- und Wertgegenstände. Eines der Opfer wurde mit einem harten Gegenstand niedergeschlagen und schwer verletzt. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein.